Mein Boot ist zu groß! Mein Boot ist zu groß! Hey, was geht's zusammen? Wir sind hier in Köln und ich hab sogar... Die haben mich zufällig getroffen hier. Die Space Frogs. Was ist uns? Das Gesicht. Hör mal den Namen bitte. Den Namen von uns nochmal. Space Frog Entertainment. Space Frogs. Wir sind die Space Frogs. Habe ich doch gesagt! Ich hab Gay Frogs verstanden. Deswegen hab ich mich etwas angesprochen. Wie geht das? Die Kameras sind schwer! Oh mein Gott! Ja, und hört man überhaupt noch was? Also es war halt so, die haben mich angesprochen. Die stand hier gerade mit der Vicky Freaky und sowas total interessant. Weil auf einmal kommen mir welche an, ich hab alles verschwommen gesehen. Oh mein Gott, das sind die Space Frogs! Ich hab mich einfach von hinten angesprungen. Ja, und dann hat er mich gerangelt. Rangeln, rangeln! Der Boden hier vor dem Dom sieht etwas... Interessant aus, ja? Ja. Sagen wir interessant. Aber wenig Kaukenwies. Stimmt, tatsächlich. Habt ihr hier so einen Abkratzmann? Ja, guck mal, der ist ein Fernsteam von RTL. Das ist der gleiche Job. Kann man ja schon mal verwechseln, tut mir leid. Ja, guck mal, der ist ein Fernsteam mitには.